Guten Morgen aus Wiesbaden an diesen 9. Oktober. Die CDU siegt deutlich bei der Wahl in Hessen und einige Gemeinden im Rheingau-Taunus-Kreis haben Bürgermeister gewählt. In Niedernhausen wurde über die Errichtung eines Windparks entschieden. Das und mehr, heute für Sie im Podcast. Hessen hatte die Wahl, und die Ergebnisse sind nun offiziell. Nachdem bis tief in die Nacht noch einige Stimmen ausgezählt wurden, stehen Boris Rhein und die CDU als klare Sieger fest. Mit 34,6 Prozent der abgegebenen Stimmen haben die Christdemokraten sich klar von den anderen Parteien abgesetzt. Zweitstärkste Partei ist die AfD mit 18,4 Prozent der Stimmen, gefolgt von SPD mit 15,1 und den Grünen mit 14,8 Prozentpunkten. Spannend war die Auszählung am Ende insbesondere für die FDP, die mit 5,0 Prozent gerade so noch die Hürde zum Landtag nehmen konnte. In Niedernhausen haben am Sonntag die Bürger der Gemeinde den Auftrag erteilt, in die konkreten Planungen eines Windparks zu gehen. Das ist das Ergebnis eines Bürgerentscheids zu diesem emotional diskutierten Thema. Bei dem Projekt wird es eine enge Zusammenarbeit zwischen Niedernhausen und der Nachbarstadt Eppstein geben. Für Niedernhausen ist der Windpark eine Mammutaufgabe. Bürgermeisterwahlen gab es im Rheingau-Taunus-Kreis. In Österreich-Winkel kommt es zu einer Stichwahl in zwei Wochen. Carsten Sins von der SPD und der unabhängige Kandidat Björn Sommer werden gegeneinander antreten. In Taunusstein hat CDU-Kandidat Joachim Reimann das Rennen um das Rathaus gewonnen. In Kiedrich bleibt der amtierende SPD-Bürgermeister Winfried Steinmacher im Amt. Anfang des Jahres gaben Felix Neuten und Nora Seel ihren berufsbedingten Rückzug aus den Reisinger Anlagen bekannt, wo sie im Jahr 2022 ihre Outdoor-Gastronomie-Herzschnitte mit vegetarischen und veganen Köstlichkeiten, Kaffeespezialitäten und Wein etabliert hatten. Schnell war ein Nachfolger gefunden. Nach einigen Startschwierigkeiten ging es im Juli mit Ayuva Gordon weiter. Doch bereits im September kam das aus wegen Personalproblemen. Nun kehrt wieder Leben in die Herzschnitte ein. Nora Seel und Esther Gräbsch sind samstags von 10 bis 14 Uhr mit Käsereich vor Ort. Gegründet haben sie ihr Zwei-Frauen-Unternehmen im Januar 2023 und waren seitdem auf Weinfesten in der Region zu finden. Auch auf dem dienstags stattfindenden Schiersteiner Wochenmarkt sind sie wöchentlich von 10 bis 19 Uhr anzutreffen. Ihr Käse kommt aus den Niederlanden, 20 bis 30 Sorten haben sie jeweils im Gepäck. Es gibt ihn am Stück, in Scheiben oder Vakuum irt. Wichtig sind den beiden erschwingliche Preise und man darf alles probieren. Werfen wir einen Blick nach Israel. Das Land im Nahen Osten wird seit Samstagmorgen von den radikal-islamischen Milizen Hamas und Hisbollah angegriffen. Die israelische Luftwaffe hat am Sonntagabend weitere Ziele im Gazastreifen bombardiert. Man habe unter anderem ein Gebäude angegriffen, in dem Angehörige der Hamas untergebracht waren, teilten Israels Verteidigungskräfte mit. Zugleich seien mehrere Kommandozentralen der Hamas attackiert worden. Vor dem Wiesbadener Landgericht startet heute ein Prozess gegen einen 40-jährigen Ghanar. Dem Mann wird vorgeworfen, im Oktober 2022 in einer Asylunterkunft in Castell einen 35-jährigen Kameruner mit einem Messer getötet zu haben. Laut Staatsanwaltschaft stach er im Anschluss auf die Frau des Kameruners, dann auf seine ghanaische Ex-Partnerin und am Ende auf sich selbst ein. Die 31-jährige schwangere Kamerunerrin verlor dabei ihr ungeborenes Kind. Sie war damals im sechsten Monat schwanger. Die zweite Frau ist Mutter zweier kleiner Kinder, die unverletzt blieben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten dem nach Mord, versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen sowie Schwangerschaftsabbruch gegen den Willen der Mutter vor. Für den Prozess sind insgesamt zwölf Verhandlungstage bis Ende November angesetzt. Schlussendlich ein Blick nach Bayern. Auch dort wurde gestern gewählt. CSU und Freie Wähler wollen hier gemeinsam weiterregieren. Die größten Gewinne bei der Abstimmung am Sonntag erzielte nach den Hochrechnungen die AfD, die voraussichtlich zweitstärkste Kraft im Parlament wird. Erstmals gewannen derweil die Freien Wähler in Deutschland Direktmandate bei einer Landtagswahl. Die Christsozialen unter Parteichef Markus Söder kamen nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF auf weniger als 37 Prozent. Das ist noch schlechter als 2018 und so wenig wie noch nie bei einer Landtagswahl seit 1950. Söder sieht jedoch trotz des eher schwachen Ergebnisses einen klaren Regierungsauftrag für seine CSU. Er kündigte an, die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen zu wollen. Den Grünen erteilte er eine Absage. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de Gude Wiesbaden Gude Wiesbaden